Du hörst tägliche Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Wähle auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Philippa 4, Vers 6 Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Hier steht ganz klar, in allem kommt zu Gott, mit allem. Doch Gott meint nicht nur eure Probleme. Er meint nicht nur deine Kämpfe. Er möchte, dass du mit allem zu ihm kommst. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir eben auch nach seinem Willen fragen sollen, wenn es darum geht, Dinge zu tun, die uns Freude machen. Es geht eben um alles. Es geht darum, unser ganzes Leben in seine Ordnung zu bringen. Und es geht nicht nur darum, unseren Müll bei ihm abzuladen und unsere Probleme und Sorgen und Kummer. Nein, er möchte, dass wir mit allem zu ihm kommen, auch mit unserer Freude, mit Lobpreis. Er möchte, dass wir mit allem kommen und er möchte teilhaben. Nein, er möchte das Wichtigste in unserem Leben sein. Er möchte, dass du verstehst, dass er dich liebt. Er möchte, dass du verstehst, dass er eine Beziehung zu dir haben möchte. Er ist unser Vater im Himmel. Und er möchte, dass alles, was zwischen dir und ihm steht, tatsächlich vernichtet ist. Der Heilige Geist möge es in diesem Moment vernichten, wegbrennen. Er möchte es in Schutt und Asche legen. Jede Gedankenfestung, jede Verdrehung in deinem Herzen, jede Wunde, alles, was vielleicht schon über Generationen in deiner Familie, zwischen dir und Gott, zwischen deiner Familie und Gott steht. Und vielleicht ist es so wenig sichtbar, dass du ein Christ bist, der wirklich hingebungsvoll und voller Hingabe in Gottes Ordnung und nach seinem Wort lebt. Und trotzdem ist da etwas zwischen Gott und dir, was verhindert, dass du seine Stimme hörst, was verhindert, dass du diese Gemeinschaft mit ihm hast. Hier möchte der Heilige Geist heute aufräumen. Er möchte dir sagen, komm mit allem zu Gott. Lerne, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Lerne, die Stimme unseres Hürden ständig, stets und ständig in deinem Herzen ja auch zu spüren. Es ist so wichtig, dass du verstehst, dass Gott dich liebt. Es ist so wichtig zu verstehen, dass er mit Christus Jesus alles für dich gegeben hat. Er hat mit dem Teuersten überhaupt für deine Seele bezahlt, mit dem Wertvollsten, mit dem Blut seines Sohnes. Und er hat dich freigekauft. Und wie können wir denken, dass es irgendeinen Aspekt in unserem Leben gibt, den Gott im Mangel halten will, den Gott im Leid halten will oder aber sogar im Tod? Es geht nur darum, dass wir schauen, wo sind wir noch nicht in dieser Reinheit? Wo sind wir noch nicht in dieser Gerechtigkeit? Wo sind wir nicht zurückgekehrt? Wo denken wir, dass wir es besser wissen? Wo denken wir, dass wir es selbst besser können? Wo denken wir, dass wir aus der Schule der Welt heraus wüssten, was es zu tun gibt? Wo wollen wir eben nicht Gott um seine Lösung bitten? Wo wollen wir eben nicht Gott um seinen Rat bitten? Wo ist es eben nicht Gottes Wille, der geschehen soll? Aber es ist in uns das Problem, nie bei ihm. Das ist, was der Heilige Geist dir heute sagen möchte. Er möchte dir sagen, Gott, Vater, lieb dich. Er hat mit dem Blut seines Sohnes bezahlt. Er hat das Teuerste, das Wertvollste, was er hat, für dich gegeben. Es ist nicht greifbar mit dem menschlichen Verstand. Aber Gott möchte dir die ganze Fülle in Christus offenbaren. Nichts will er dir vorenthalten. Lass uns gemeinsam beten. Vater, in Demut komme ich vor deinen Thron. Im mächtigen Namen Jesus Christus bitte ich dich heute, mir meine Sorgen zu vergeben und mir zu vergeben, dass ich in dieser Welt nach Lösungen suchte. Mir zu vergeben, dass ich immer nur mit den schlimmen Dingen zu dir komme. Doch ab heute möge der Heilige Geist mich und mein Herz verändern. Ab heute will ich in Lobpreis, Danksagung, Demut und Hingabe kommen. Heiliger Geist, bitte verändere mich in das Bild Jesu Christi hinein und lass mich so sein, wie er ist. Ich will zur Verherrlichung des Himmelreiches in dieser Welt leben. Zerstöre alles, Heiliger Geist, in meinem Inneren, was sich gegen Gottes Willen erhebt. Offenbare mir Gedanken, die sich eben nicht in Gottes Willen befinden, die nicht auf dem Wort stehen. Im mächtigen Namen Jesus Christus. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!